Jetzt, heimliche Hochzeit des letzten Bullen. Henning Borm heiratet Freundin seiner Ex-Frau. Liebesurlaub auf Ibiza. Gerüchte um Shakira und Hamilton immer heißer. Und warum Marie Nasemann lieber keine Kinder bekommen hätte. Und bei mir ist Stefanie Göttmann-Fuchs, Unterhaltungschefin von Bunte. Hallo liebe Steffi. Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein. Und du hast uns auch noch ganz viel Liebe und Drama mitgebracht. Ja, wir fangen mal mit Drama und Liebe direkt an, oder? Lachen wir das machen. Es ist die heimliche Hochzeit vom letzten Bullen. Ihr von Bunte habt exklusiv erfahrenen Schauspieler Henning Baum hat seine langjährige Lebensgefährtin Christiane Meier geheiratet. So, da gibt es allerdings ein pikantes Detail, denn sie ist die ex-beste Freundin seiner Ex-Frau. Was funkelt denn da am Finger von Deutschlands letztem Bullen? Es ist ein Ehering. Henning Baum soll schon vor längerer Zeit klammheimlich seine langjährige Freundin Christiane Meier geheiratet haben. Das erfuhr Bunte jetzt aus dem engeren Freundeskreis des Schauspielers. Das Pikante? Sie ist die ehemals beste Freundin von seiner Ex-Frau Corinna, mit der er 16 Jahre verheiratet war. Ist das auch der Grund, wieso seine zwei Kinder aus der Ehe mit Corinna keine Einladung zur Hochzeit bekommen haben? Oder wollten die beiden den besonderen Tag ganz allein, nur für sich genießen? Na, ist das eine Überraschung? Und vor allem, was wisst ihr denn über die heimliche Hochzeit? Naja, das ist insofern schon eine Überraschung, weil nach unseren Informationen nicht mal der erweiterte Bekanntenkreis von der Hochzeit gewusst hat. Und was wir wissen, dass es, sag ich mal, erst nicht an die große Glocke gehängt hat, ganz bewusst. Er hat es weder groß angekündigt, noch hat er eine rauschende Party gemacht mit, sag ich mal, zig Leuten aus der Schauspielbranche, wie das ja viele andere eben machen. Aber es stimmt, wir haben es erfahren aus seinem engsten Umfeld, die Hochzeit soll schon eine Weile zurückliegen. Aber was bekannt ist, nach unseren Informationen, er hat ja drei Kinder, seine zwei Kinder aus seiner letzten Ehe nicht bei der Hochzeit dabei. Wie? Die eigenen Kinder nicht dabei? War das jetzt so geheim, oder steckt da was anderes dahinter? Na ja, da kann auch was anderes dahinter stecken. Also er ist ja generell ein Geheimniskrämer, ein bisschen was sein Privatleben betrifft. Er hängt es nie an die große Glocke und macht da kein großes Aufhebens darum. Und auch bei seiner ersten Hochzeit, das hat er uns mal erzählt, gab es kein klassisches Hochzeitsfoto. Das war ein ganz spontaner Entschluss. Morgens entschieden, mittags geheiratet. Also so ganz spontan. Ob es dieses Mal genauso war, das hat er momentan uns noch nicht erzählt. Aber es kann auch daran hängen, dass das Verhältnis zu den Kindern ein bisschen schwierig ist. Warum? Das hängt eben mit seiner neuen Frau zusammen. Denn die war ja, du hast es angedeutet, mal die beste Freundin seiner Ex-Frau. Und zwar zu einer Zeit haben die eine Affäre begonnen, als sie noch verheiratet waren. Und für Kinder ist es ja manchmal eine schwierige Situation. Und womöglich hängt es damit zusammen. Haben sie halt einfach die Seite der Mama dann irgendwie wohl stärker gemacht. Wir kommen zum Liebesgeflüster, das immer heißer wird. Er ist siebenmaliger Formel-1-Weltmeister, sie ein Popstar. Lewis Hamilton und Shakira. Jetzt sollen sich die beiden mehrere Male heimlich auf Ibiza in der Luxusvilla des Weltmeisters getroffen haben. Von 0 auf 100 für die Liebe. Formel-1-Star Lewis Hamilton und Pop-Superstar Shakira geben Gas. In seiner Villa auf Ibiza haben die beiden jetzt endlich ungestörte Stunden zu zweit verbracht. Die Dating-Gerüchte rund um die Sängerin und den Sportler halten sich seit mehreren Wochen. Angeblich sind sie nur gute Freunde. Aber diese Freundschaft ist heiß. Shakira feuert Lewis beim Formel-1-Rennen an. Sie sonnen sich auf der Yacht des Mercedes-Helden, haben nur Augen füreinander beim Dinner mit Freunden oder zuletzt beim gemeinsamen Top-Secret-Besuch auf Ibiza. Für die Freundschaft Plus haben sie sogar das Personal des Anwesens frühzeitig in den Feierabend entlassen. Nur eine kleine Eskorte der Hipster und Leihsängerin war anwesend. Unser Fazit? Diese Fotos lügen auch nicht. Ich sehe schon, der Hüftschwung gefällt ihm sicherlich gut. Er ist ja eher so Dauer-Junggeselle und sie ist ja schon gerne in Beziehungen. Jetzt hat sie ja auch seit fast einem Jahr keine Beziehung mehr. Wie ernst ist es denn zwischen den beiden? Na ja, also Fakt ist, die beiden sehen sich und zwar regelmäßig und sie geht bei ihm in der Villa ein und aus. Ein Insider hat jetzt auch berichtet, dass sie eben sehr viel Zeit miteinander verbringen. Mehr Zeit, als man vielleicht gewöhnlich miteinander verbringt. Dass sie noch in der Anfangsphase des Kennenlernens sind. Aber ich sage jetzt mal, wer wird es den beiden vergönnen? Ich meine, du hast es gesagt, sie, der Riesen-Rosen-Krieg mit Gerard Piquet. Ja. Sie ist ja, sage ich mal, eine sehr traditionelle Frau, sehr gebunden, mit einer großen Liebe immer, in die sie in Beziehung gibt. Und dann auf der anderen Seite, Louis Hamilton, der das Leben und die Liebe liebt. Ich meine, seine längste Beziehung war mit Nicole Scherzinger. Und die haben sich ja angeblich getrennt, weil er keine Lust auf Heirat und Familie hatte. Also, wenn das ein schöner Flirt ist, dann freuen wir uns echt sehr mit Ihnen. Wer weiß das schon? Am Ende ist es dann doch völlig unerwartet und es ist dann vollkommen ernst. Und tatsächlich die Liebe des Lebens. Wäre auf jeden Fall ein Megapaar. Wie ist der Altersunterschied zwischen den beiden? Das kann ich jetzt auf das Jahr gar nicht genau sagen. Aber ich meine... Sie ist älter, ne? Sie sind ein bisschen älter, aber das matcht natürlich perfekt. Ich meine, so ein super Paar, beide in ihrem Bereich, super glamourös, extravagant und das wäre natürlich ein gigantisches Spiel für die Showbranche. Ja. Ja. Und für uns natürlich auch. Wir würden uns daran freuen, unbedingt. Das sind Paare, die man braucht. Auf jeden Fall. Von der großen neuen Liebe zu einer etwas anderen Liebe. Die Liebe zu seinen Kindern. Nach der Trennung zwischen Giselle Bündchen und Tom Brady hat Papa Tom eine Afrika-Safari mit seinen Kindern gemacht. Steffi, wir haben dazu Bilder, glaube ich. Da haben wir es. Was macht das so besonders? Naja, zuletzt hat Tom Brady ja mit Schlagzeilen um eine neue Liebe auf sich aufmerksam gemacht. Wir erinnern uns, vor kurzem gab es Turtel-Fotos mit Supermodel Irina Schaik, also eine Nachfolgerin sozusagen von Giselle Bündchen. Und jetzt hat er letzte Woche Geburtstag gefeiert. Er ist 45 geworden und hat die Zeit danach auf Safari verbracht. Und wen hat er mitgenommen? Seine Kinder. Seine zehnjährige Tochter Vivian war dabei, sein 16-jähriger Sohn Jack aus seiner früheren Beziehung. Und er hat auf Instagram jetzt ein sehr langes, sehr emotionales Statement abgesetzt, eine richtige Liebeserklärung an das Leben und auch, sage ich mal, an das, was wirklich zählt im Leben, nämlich seine Familie. Und es ist wirklich ganz bedeutend, finde ich, dass so jemand, er sinniert da über sein Leben und reflektiert sehr stark und kommt eben zu dem Schluss, ganz ehrlich, alles, was ich habe, Ruhm, Reichtum, Glamour, aber was bleibt mir am Ende, sind meine Familie und meine Freunde. Und das ist, finde ich, eine total schöne Botschaft von so einem Superstar, wie Tom Brady, sich dann so geerdet zu zeigen. Der Übergang ist jetzt total krass zum nächsten Paar. Wir bleiben zwar beim Thema Kinder und auch Models. Marie Nasemann und Ehemann Sebastian Tigges haben gemeinsam zwei Kinder. So, das matcht schon mal. Sie sind glücklich verheiratet, aber euch haben sie erzählt, dass das Leben nicht immer nur rosig ist und warum sie manchmal lieber keine Kinder hätten. Zwischen diesen beiden stimmt die Chemie. Dabei gehen Marie Nasemann und Ehemann Sebastian Tigges zum Paartherapeuten. Vielleicht auch deswegen. Bereust du die Elternschaft? Nein. Manchmal. Ja. Ja, manchmal ja. Ein Skandal? In ihrem Podcast sprechen die beiden über die unschönen Seiten des Elterndaseins. Wie Kinder die Beziehung verändern. Sie wollen aufrütteln. Es ist einfach gesellschaftlich so, dass Frauen, die keine Mütter sind, immer noch irgendwie als mangelhafte Frauen wahrgenommen werden. Und das ist einfach bescheuert. Marie Nasemann ist Model und Autorin. Sebastian Tigges war früher Anwalt und ist inzwischen auch Autor. Im April 2020 werden sie Eltern eines Sohnes. Ein Jahr später folgt ihre Tochter. Zwei Kinder im Abstand von nur 18 Monaten. Nicht immer leicht. Was hättet ihr denn gerne gewusst, bevor ihr Eltern geworden seid? Ich glaube, ich hätte gerne gewusst, wie sich Schlafmangel auswirkt. Und zwar, dass es nicht nur ist, man ist mal ab und zu müde und denkt sich, ich hätte lieber zwei Stunden mehr geschlafen. Sondern, dass das so eine Langzeitwirkung haben kann. So langwieriger Schlafentzug ist schon etwas, was irgendwann so sehr an die Substanz geht und auch existenziell wird. Die beiden reden offen und bewusst auch über Tabuthemen unserer Gesellschaft in ihrem Podcast. Würdest du noch mal Kinder kriegen, wenn du noch mal die Chance hättest? Weiß ich nicht. Jetzt gerade? Eher nein. Es gibt ja auch so Studien, die belegen, dass man als Mensch erst mal unglücklicher wird. Ich mache keinen Sport mehr. Mir geht es einfach insgesamt schlechter. Ist so. Ja. Provokant. Der selbsternannte Walking Dad erklärt, welche Probleme er noch mit der Vaterschaft hat. Ein bisschen struggle ich seitdem mit dem Finden meiner neuen Identität. Also wer bin ich eigentlich? Außer Vater und vielleicht Podcaster. In unserer Gesellschaft wird suggeriert, wenn ihr Eltern werdet und ihr Kinder habt, dann ist das das Allertollste. Es ist die Erfüllung eures Lebens und ihr werdet in Glück ertrinken. Und wenn dann Eltern merken, okay, das ist auch anstrengend und es ist echt nicht alles nur toll, dann kommt das schlechte Gewissen. Dabei geht es jedem zweiten Elternteil ähnlich, nur spricht es niemand aus. Habt ihr einen Tipp für Eltern da draußen, die vielleicht ähnlich strugglen? Ich rate immer dazu, dass man halt immer wieder guckt, dass man halt diese Zeit zu zweit hat, in der man eben auch mal bewusst nicht über Kinder oder Organisatorisches spricht und zu zweit auch was Tolles zu erleben, mal ein Erlebnis zu haben außerhalb von Familienerlebnissen oder beruflichen Erlebnissen ist für uns auch total wichtig. Kinder kriegen ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. Und jetzt spricht auch mal jemand darüber. Das ist doch eine sehr polarisierende Meinung. Wie siehst du das Ganze? Das ist, wie du es sagst, total kontrovers natürlich, wenn man so etwas sagt. Ich persönlich halte jedes Kind für ein Geschenk. Ich habe selber drei Kinder und ich glaube, jede Mutter weiß, Kinder können eine echte Belastungsprobe für ein Nervenkostüm sein. Aber für mich das größte Geschenk. Und ich glaube, dass sie auch sehr viel Spaß auch mit ihren Kindern verbringen, die beiden. Mit Sicherheit. Ich würde meine auch niemals austauschen. Nein, ich glaube auch, es ist viel Gutes daran, an dem, was sie sagt natürlich. Aber es ist natürlich sehr hart gesagt. Es ist sehr hart. Und ich glaube, so allgemein, dass es so ein gesellschaftliches Vorurteil ist. Man muss Kinder lieben und immer glücklich sein. Das sehe ich jetzt auch nicht so. Also Kinder haben schon ihr Leben, also seitdem es Kinder gibt, also seit immer, sind sie, sage ich mal, eine Herausforderung. Und das weiß, glaube ich, jede Mutter erzählt oder jede Großmutter erzählt, wie schwierig man das eigene Kind war. Absolut. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Person, die wohl alle ihre Grammys und ihren Oscar hergeben würde, wieder gesund zu werden. Aber derzeit kann Céline Dion niemand helfen. Die Sängerin leidet an einer seltenen und immer weiter fortschreitenden Krankheit. Céline Dion, sie gilt als Wunder an Disziplin und Härte gegen sich selbst. Doch nun scheint die weltberühmte Sängerin den Kampf gegen ihre schwere Krankheit fast verloren zu haben. Die Titanic-Sängerin leidet an dem seltenen Stiff-Person-Syndrom. Die aggressive Krankheit verkrampft ihre Muskeln, lähmt ihre Gliedmaßen und schwächt ihre unverkennbare Stimme. Kein Arzt kann ihr mehr helfen. Die Familie ist an ihrer Seite. Hoffnung zu haben ist wichtig, sagt ihre Schwester Claudette. Hoffnung im Kampf gegen einen seltenen, unsichtbaren Feind. Vor drei Jahren macht Céline ihre Diagnose öffentlich, lässt ihre Tournee ausfallen, baut körperlich immer mehr ab. Ein weiterer und besonders dramatischer Schicksalsschlag für die Kanadierin. Wie geht es der Familie damit? Naja, das ist natürlich eine herausfordernde Situation. Ihre Schwester, sie hat zwei Schwestern, eine davon ist jetzt bei ihr eingezogen, kümmert sich auch um ihre drei Kinder. Die jüngsten sind ja zwei zwölfjährige Zwillingsbuben. Der eine Sohn 22, ist natürlich schon aus dem Gröbsten raus, aber die haben ja auch vor sieben Jahren ihren Vater verloren. Und das ist natürlich eine ganz tragische Situation. Die klammern sich an jeden Strohhalm, zumal sie ja eigentlich jetzt als austherapiert gilt. Danke, liebe Steffi, dass du da warst. Danke, liebe Steffi, dass du da warst.